So echt einfach, ja. Dein Teil nach Hause. Das heißt, die erste Folge für diesen, für diese Aufnahme-Session geht erstmal für den Faust-Orden. Yes! Alle Pokémon bis zur 70 geht auch für den Gitarstil, blablabla. Außerdem können deine Pokémon fliegen außerhalb des Kampfes einsetzen. Geil! Was ist denn TM1? Wuchtschlag, oh boy. Okay. Stimmt, jetzt kriege ich glaube ich fliegen. Und dann kann ich darüber fliegen, yay. Wo gab es die Medizin noch mal her? So richtig Brain-AfK einfach nur. Nicht von hier irgendwie? Von irgendeinem Haus? Hast du auf dem Weg hierher viele Inseln gesehen? Ich habe gehört, dass sich dort ein mystisches Pokémon verstecken soll. Welches war das noch mal? Lugia. Echt? Stimmt, das ist eine E-Show-Minse. Genau. Ich bin schockiert, ein Junge in deinem Alter mit Stächigen Haar und lange Haar kam hier rein, um mir meine preisgekrönten Pokémon zu geben. Ist mir noch alles übrig, aber was soll ich tun, wenn der zurückkommt? Du siehst stark aus, würdest du an den Pokémon aufpassen? Ja, komm, gib mir dein Portrott her. Du kleiner Scheißer. Du kriegst es nur nie wieder. Stimmt, und hier ist die Kräuter für übrigens 500 Jahre voller Tradition. Apotheke von Ammonia City. Gerne erwarten wir ihre medizinische Fragen. Ja, ich brauche gerne Medizin, ich brauche Skuma. Das sieht überhaupt nicht aus wie jedes andere Haus hier. Dein Pokémon scheint es gut zu gehen. Bedrückt dich etwas. Ich bin nicht rot, wieso rede ich so? Den Pokémon vom Leuchtturm geht das nicht gut? Ich hab's. Das sollte das Problem lösen. PGLt geheimtragen. Yay. Yay. Ja, komm, gib her. Wo kriegst du jetzt fliegen, ja? Macht mir kein Schatz. Ja, 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 komm, jetzt, gib her, gib her, gib her. Ja, gib her, gib her, gib her, gib her. Gib mir Fliegen her. Jetzt weißt du, Herr, du Fliegen bekommst. Ja, das war irgendwie obvious, keine Ahnung. Bring dein Pokémon fliegen, weil ich werde Huthut fliegen beibringen, das weiß ich. Das arme kleine Tier. Huthut kann fliegen lernen. Ja, natürlich. Taubsee auch. Okay. Wenn ich dran denke, wobei ich weiß nicht, ob ich das nutzen darf, was ein Video von Smosh ist, so einen kleinen Ausschnitt. Oh, wenn ich das, ich weiß nicht, das Kant wäre es. Ihr müsst euch Pokémon von Smosh angucken, das mit diesem, wenn er dann auf dem Taubsee fliegt. Das sieht lustig aus. So, danke für's toll, äh, Portrait. Ich werde es nutzen. Was? Slapos hat keinen Spitznamen. Ach doch, Lapi. Wollte ich schon sagen. Unten links war kein Spitznamen angezeigt. Wow. So, Isaac. Jetzt noch Hut-Hut. So. Habe ich den Hut-Hut nicht sogar in den Ewigstein angezogen? Ja, ne? Ja. Mein netten Ewigstein an. Ja. Hast du. Hackattack. Alles klar, warum nicht? Dann halt einen Hackattack. Alles klar. Danke dafür. So, dann gucken wir mal. Halt er den Pokémon, mach sie mal fit. Ja, mach mal ihn hier. Hopp, hopp. Blop, blop, blop. Dum, dum, dum. Da, 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 da. Yay. So, danke schön. Danke schön, danke schön. So, jetzt werde ich jetzt noch Hut-Hut fliegen beibringen. So bescheuert. Ja, aktivieren. Jo, Hut-Hut. So. Jakob. Ja. Was soll man denn wegmachen? No, so, 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 kacke. So. Und, Hut-Hut. Oliviana City. Danke schön. Wieder ganz schnell hochlaufen und dann direkt den nächsten Orden holen. Alle, in zwei, zwei Folgen, zwei Orden holen. Das ist doch mal Glanzleistung, oder? Fast wie ein Speedrun. So. Ich glaube, hier für den Orden werde ich Isaac, Herakles, äh, damit starkes Wasser-Pokémon. Ja, Lilly. Hier werde ich, also, Drateni, Mashomei und Igelaba. Dragoneer. Warte mal, was habe ich denn jetzt gesagt? Dragoneer, Igelaba. Wann mal schon mal. Genau. Die drei nehme ich mit. Ach nee, ich glaube, hier habe ich eher alle Trainer besiegt. Jetzt ruft der Kiefer Sammler mich an, der Alpiker. Guten Morgen, ich bin's, Udo. Hast du eine Minute Zeit? Willst du kämpfen? Es wird nicht wie das letzte Mal sein. Dies ist mein Ort. Route 35. Okay, er will battlen. Der kriegt eine auf die Fresse, das sage ich. Ähm, okay. Stimmt, das war da drüben, ähm, runterspringen. Warte mal, ich springe jetzt hier einfach runter. Dann passt das auch. Hier muss ich runterspringen. Okay, den Trainer habe ich besiegt. Oh, ich habe alle Trainer besiegt. Sehr gut. So, hier ist deine scheiß Medizin. Wird diese Arzneimphi helfen? Nein, wird sie nicht. Nein, es wird Amphi zerstören. Was? Die gibt das trotzdem. Amphi, halte die durch. Was? Achso. Mit dieser Arznei, Herr Pem, ja. Übergebt Jasmin den Geheimtrank. In Wirklichkeit ist das nur so ein, so ein Supertrank mit einem Trank zusammengemischt. Ein bisschen Elf im Staub und, ja. Sei bitte nicht beleidigt. Amphi nimmt Amphi nimmt die Arzneim nur von mir. Ja, ja. Amphi, wie geht es dir? Zweifel, nur tragbares Pokécenter. Danke dafür. Palu, 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 cool. Ich kann kein Pokémonisch. Warte mal, ich kann dich einsetzen, du kannst mit ihm reden. Einfach wundervoll, bla bla bla, ich danke dir vielmals. Wir machen jetzt eine zweite Arena, leider der zweiten Folge. Sehr gut. Lohnt sich, kann ich weitere vier Monate nichts hochladen? Jawohl. Jetzt einmal ganz schnell runter. So. Per Abkürzung zur Arena, leider. Jetzt kann ich die Pokémon erstmal wieder ablegen, toll. Gerade mitgenommen, schon wieder ablegen, toll. Ablegen, Simsalah, Ampharos, und Hutut. Und das wird das Team sein. So. Isaac werde ich aber vorschicken, wegen den Magnetilo. In der dritten Folge schaffen. Ich weiß gar nicht, ich glaube schon. Ich meine aber ja, was ist denn Typ schon? Ja, ja. Der Typ wurde vor kurzem erst entdeckt. Ja, ja, du kannst mich auch mal. Welche Arena haben wir denn als nächstes? Äh, Eis. Der siebte Orden wäre das sogar schon. Stimmt, wir müssen das ja jetzt mit Garados machen. Hab ich schon, glaube ich. Ich glaube, das Garados haben wir schon. Mit Hilfe. Ich glaube, das haben wir etwas vorgezogen. Dann können wir ja in die Arena jetzt reintrampeln. Ja, dann wollen wir das machen. Aster 1. Isaac wird sich verarschen. Das ist nicht sein Ernst. Dann halt nicht. Ja, Lilly, was geht's? Ab dafür. Was? Am Arsch. Herakliskum. Wie wird der das halt machen? Fußgehick. Yay. Hat doch gesessen hier. Für Stahlos werde ich mal Energiefokus einsetzen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob Dragonia jetzt die beste Wahl gegen Stahlos wäre. 35, okay. Herakliskum pumpt sich auf. Yay. Holy shit. Okay. Fuck. Ach du Kacke, ist das stark. Oh ja, da war der Volltreffer. Jawohl. Was? Trank, schnell, Trank. Haben wir Tränke? Bitte, lass uns Tränke haben. Müssten wir, oder? Ja, ein Hypertrank und fünf Supertränke. Danke dafür. Das ist ja gar nichts. Ja, da steht sogar. 200 HP, dann haben die das echt irgendwann mal verändert. Von 200 HP auf 120 den Übertrank. Hm. Ist ja Kacke. Ich wusste doch, der war mal besser. Boah, das Ding ist richtig stark. Scheiße. Scheiße. Nein. What the fuck. Okay, ich hätte nicht damit gedacht, dass das so hart wird. Fuck. Ja, mit der hatte ich auch unheimliche Probleme, dieses scheiß Stahlers. Der hat jetzt nicht ernsthaft ein Leben verloren, oder? Wow. Doch, hast du. Wow. Wir haben keine Schränke, wir haben nichts. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Bitte. Ach du scheiße. Ach du, nee, oder? Yeah. Oh Gott. Ich hab einfach getryhardet, ey. Scheiße. Oh nee. Was ein mieses Stück Scheiße. Ist ja klar, dass Lilly jetzt einen Orden möchte. Ja. Wie kriegt sie? Das ist ihr Orden. Du bist ein besserer Trainer als ich. Das betrifft sowohl Geschick als auch Feingefühl. Nee, das war einfach nur Reinhaken. Reinhaken gerade. In Übereinstimmung mit den Regeln der Liga überreiche ich dir diesen Orden. Ich danke dafür. Boah, das war Pressure, ey. Stahlorden. Yay. Heilige Scheiße. Ja, bitte nimm auch das. War das nicht Eisenscheif sogar? War das wie ich? Ja. Das will ich Tratini erlernen. Tragonier. Ja, mein ich ja Tragonier. Ja. Tragonier will ich das erlernen, weil damit ist der in nächster Ordnung auch gesichert. Wo ist es denn? Eisenscheif. Oh ja, perfekt. Bitch, der muss das eigentlich erlernen. Jawohl. Was? Boah. Was soll man bei den Lifty ja dann wegmachen? Für Eisenscheif. Was können sie denn alles? Hm? Was können sie denn alles? Drachenboot slam Donnerville am Surfer. Ich würde dir fast sagen, Drachenboot, weil irgendwie das macht er zu weh.